Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokemon Soul Silver. Wir nehmen euch in der Top 4. Jetzt kommt der vierte, der Top 4. Wird das Psycho oder Unlicht? Ich hab die Liste noch offen, also Unlicht ist stark. Kampf ist gut, Käfer. Psycho wäre schon wieder, viel gibt es noch nicht. Dann andersrum, gegen Geist, aber gegen Psycho selbst. Unlicht wäre nicht so optimal. Hi Melanie. Fuck! Ähm... Ähm... Kacke! Kacke, 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 Kacke! Im Käfer, Kampf... Hier gibt's nicht. Verdammt! Das ist suboptimal. Unlicht, gegen Unlicht! Ach, das war ja nicht so effektiv. Ich denke, da war ja was. Ach nee... Ich, ich, ich... Ich nerv mich wie, dass sowas von... Ich seh's jetzt schon kommen. John... Ach, schreck zurück! Ja! Triff nicht. Gegenstoß. Ich hab nicht getroffen, das ist ein Vorteil. Schreckt Kaskade hoch, Dingson. Schreckt Kaskade hoch, Dingson. Ja, Mann! Erste, wo du siehst! Ich muss Koko ein bisschen schonen. Dann hab ich das Gefühl, wegen einer Kaskade... Vor allem jetzt gegen Giflo. Aber... Ja, Lucy ist eigentlich auch noch ziemlich praktisch hier. Also in der Top 4 hab ich das Gefühl. Der Feuer-Typ ist gut. Kommt ein Blätter-Tanz gegen den Feuer-Pokeman. Nein. So, es haltet so wenig an. Komm schon! Das Risiko... Verdammt. Was vorher an... Ja, war klar. War ja klar. Aber sie ist verwirrt. Juhu! Äh... Äh... Pflanze? Pflanze, 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 Pflanze... Äh... Flug! Genau, das sagte ich mir doch! Flieg! Schlag dich selbst durch Verwirrung! Nice! Da muss... das Fliegen nicht mehr viel tun! Schön! So gefällt mir das! So gefällt mir das! So gefällt mir das! Gengar! Geist! 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 Unlicht! Ha! Lol! Und dann kommt der Knirsche! Kruke! Kruke schluss gegen daneben! Jetzt hat der Angriff von Kruke! Aber das finde ich gut. Das frisst nur ziemlich AP. Abgangsbund. Fuck. Fuck! Wirklich! Zum Glück ist das kein Haslok. Hat nicht gesagt gegen wen. Wundemann. Weisst du was? Mit dem das... Ne, 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 dem lebe ich jetzt nicht. Du kannst schön knicken. Das überlebt er wahrscheinlich nicht. Genau. Dachte ich mir. Äh, fuck's sake. Ähm, mhm. Er trank. Guck, guck, guck. Ich opf, red's foxy. Tränkelschmied. Was war das nochmal? So, alter. Flamor. Ah, ha, ha, ha. Diesen fucking Angriff, ey. Das ist zu viel. So. So. So, nicht zu viel. Na, ja. Alter. Alter. Was zum... Teufel. What? What? Was? Ich muss Pokémon wechseln, sonst das ist kein Sinn. Das hat keinen Sinn Karl könnte das überleben Was für ein Assi Der hat einen Angriff Scheibenkleister Ah, ich habe verloren meine Daunertherrn Das ist zu viel, zu viel, viel zu viel Das ist zu viel Damage Ich kam damit nicht klar Ach nee Irgendein fucking Hundemann Das ist zu viel Alter Komm schon Kramox Ist das nicht Fuck Äh Fuck 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 Das ist zum Glück nicht zu stark Danke 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 Koko Kriff Ja Boah Das Boah Das ist zum Glück Drachen klar Wäre sowas Hab ich das Kann ich Kaskalle eigentlich hoch Äh Top Elixir einsetzen So Betracht Betracht Gnock für drei Das geht Das geht nach hinten los Das geht nach hinten los Ich sehe es kaum Ich werde jetzt Ich werde jetzt sowas von auf den Arsch bekommen Und dann Einfach Ne Ich weiß nicht ob ich es noch einmal versuchen werde Okay Drachenpuls Dunkelklaue Ähm Drache Eis Drache und Fee Aber Fee habe ich nicht Das ist Aber es ist Das ist Spezial Na gut Aber es ist dann sehr effektiv Also in dem Fall Spezialangriff ist so viel niedriger aber Wenn ich schon einen Trauchtenangriff habe dann Muss es halt so sein Dunkelklaue Das Geist oder Ne Ja gut Versuche ich mir jetzt die Gid zu besiegen Ich gebe mein bestes Weil Ja Der letzte Kampf Wenn sowas von unterlevelt Kroko ist der einzige der irgendein Level hat Tigi Der zählst Der zählst Ja Rados Das ist nicht so optimal gerade Impuls Okay Alter wirklich Zum Glück ist es nicht so stark Zum Glück ist es nicht so stark Da habe ich ein bisschen Zeit Verteidigungs weg Komm Komm schon Zum Glück ist es nicht so stark Da habe ich eine Rechenkorte sehen Oh Jetzt volltreffen Und es ist down Jetzt heilt es sich bestimmt Ja Wie es er ist Wie es ist Kann ich noch mal angreifen alter dann kommt ein Hyperdrank oh mein Gott ich hab so das Gefühl, dass meine Heilung in diesem Kampf ausgehen wird ah ja, ich kenne zwei und der letzte gut da waren es nur noch fünf DRAGORAN DRAGORAN ich werde es versuchen, einzuschleifen oh mein Gott, fucking DRAGORAN triff, triff, nice soll ich eine Runde dafür nutzen, um KOKO zu heilen schleif weiter danke äh zieh Strahl macht wahrscheinlich fast keinen Schaden KOKO zu heilen okay, ja, okay, voll der Treppe und es merkt auch nein lebt es eh nicht ne okay, KURT drachenstoß alter, was ist diese fucking DRAGORAN was ist denn los? was ist denn los? glaub das nicht er hat natürlich auch DRAGORAN fuck, ist das DRAGORAN fuck, ist das DRAGORAN ne ist das fucking DRAGORAN triff, 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 triff NEIN alter was ist los hier? was ist los hier? jetzt trifft keiner mehr gibt's nichts mehr dazu zu sagen gar nix wow, es trifft nicht klick oh ne ich hab's gesagt, ich hab null Chancen null 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 kann man gar keine Chance alter KURKU du bist meine einzige Chance das ist so viel zu schwach Überstreng überlebt ihr das? oh KURKU danke jetzt kann ich's theoretisch könnte ich jetzt nochmal angreifen das ist DRAGORAN das ist DRAGORAN er hat bestimmt noch 5 oder 4 davon oder er hat natürlich noch keins gleich gleich das ist so das fysisch angriff ich muss es trifft nicht es trifft nicht warum hab ich das jetzt eigentlich so gemacht? aber aber zum glück hat es so eine schlechte trefferquote es gibt mir die chance 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Na gut. Das war's. Ich hab so keinen Bock drauf. Wirklich. Okay. Schauen wir mal. Wenn nächstes Part nichts aus Silber kommt, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Im Moment. Aber ich verspreche es. Ich werde es nachholen, wenn nächstes Mal die Randomizer anfängt. Ich verspreche es. Ich werde es weitermachen. Aber ich hab so keinen Bock auf die Top 4. Aber gut. Ich hoffe, es hat sich trotzdem gewarnt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.